und es driftet ich sehe das du gibst gas lenkt von links nach rechts und warst legt was du kannst damit ja gar nicht lenken jetzt damit ja gar nicht lenken es gibt drift adventures die wären damit voll krass ich mache das lieber so dann gucke ich mir diese score an die oben intensiv heißt und dann fahr ich auch gegen bist du bereit wofür ich muss dafür erst meine gefahr helfen wir ja mal jetzt ist alles aus ich bleibe als stability control bringt das eigentlich gar nichts allgemein bringt das finde ich nicht wirklich viel nicht wirklich viel was außer bei manchen autos Okay, ich nehme diese Punkte. Okay, bist du bereit? Warte, ich muss erst noch den Score kriegen. Boah, was bist du da? Warum hast du nicht da... Ding? Achso. Okay, ich war schon noch fragen, was da los ist. Ähm, okay. Willkommen in 3, 2, 1, 2. Gucken, ob das Auto immer noch so toll driftet. Ne, jetzt hört sich's einfach nur noch scheiße. Man merkt, dass es driften will, aber sobald man irgendwas tut, ähm... schaltet THC sich an, ne. Oh, ich habe eine Ecke. Aber, honestly, ich glaube, das fährt sich halt besser... Also, das fährt sich besser als Dingern. Fährt sich besser als, ähm... Mit. Ohne. THC und Co. TCR. Ne. Ganz ehrlich, das sah vorher vielleicht... ...pretty... ...random aus. Bin im Autoslag, ne? Ich nicht. Ich finde noch eine Session für den Eliminator. Oh. Oh. Session fort. Eliminator. Eliminator. In 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ich bin erst dran. Ja. Kannst mir ja zugucken. Während du wartest. Guck dir mein Auto an. Loy. Noch Fragen? Keine. Danke. Barsch. Barsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich glaube, ich muss einfach jemanden herausfordern. Hast du mir denn auch zu? Ja, hier auf dem iPad nebenbei. Wenn du ihn so Baruhe kriegst, Level 4. Ich sehe es gerade auf dem Stream. Du hast ihn gerade bekommen. Und du hast vor Panikding aktiviert. Die Kamera aktiviert. Nee, ich wollte dir von der Seite zeigen. Nee, ich meine die... Ja, ich wusste nicht mehr, welcher Button es war und habe mich einfach alle gedrückt. Das ist nicht passiert. Guck weg. Guck auf deinen Screen, du musst da fahren. Oh! Zurück in die Seite, kurz, bevor du die Zeit rauskommst. Obwohl, das ist eine schreckliche Schaltkarte. Okay, das passiert, wenn du aus der Arena raus bist. Ah. Sieht nicht gut aus. Hm, der Timeout bleibt also da. Okay. Und er guckt mich an, wie ich gerade durch den Wald fahre und nirgendwo rein crashe. Ich meine, ja, ich fahre zwar langsam, aber, ne? Gotta appreciate the craft, ne? Hm. Da sind ein paar Nier... Fuck! Da sind ein paar Niermisters dabei und dann bin ich gefrasht. All eyes on you. Weißt du das, wie gut ich hier durchfahre? Dieses Auto ist geil. Ich möchte damit einen Rand fahren. Ich möchte das auftunen und damit einen Rand fahren. Warum sehe ich hier eigentlich gar keinen? Kannst du mir das sagen? Ist das ein Auto? Nein. Sicher hält weder Autos noch Leute noch gar nichts. Okay. Arena, schrinken! Arena, schrinken! Arena, schrinken! Endlich mal ein bisschen Action hier, ne? Nicht nur Flash. Ramm-Rebell? Was ist ein Ramm-Rebell? Oh. Ja, der, der könnte mal als Ramm beurteilen, ja? Aber auch als Rebelle? Ich meine, wenn ich Ramm bin, bin ich rebellisch, ja? Wow. Nur noch 300 Meter, dann habe ich ein anderes Auto, Michael. Ich habe auch kein Subaru. Ich habe auch kein Subaru, ne? Ja, aber ist halt scheiße, ne? Ich hab ein Gramm Rebellen. Okay, die sind mir ein bisschen zu schnell für mein Geschmack. Ja, wo fährst du hin? Warum fährst du weg? Ach, er fährt einfach weg von... von dem eigentlichen Spiel, ne? Schon pretty weak, oder? Ich hab halt immer noch ein Level-3-Auto. Mir sind 10 Driver left, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da ist, der ein Level-3-Auto hat, ist so gering. Oh ja, man hat ein 9er-Auto. Und Bollocks. Ich hab nicht das Gefühl, was da ist drin? Weißt du was, das ist das erste Mal gehört, jetzt bist du voll drauf, ja? Fahnsinn. Ist doch ein Flip. Nice. Nicht nice. Hier hat jemand ein 10er-Auto. Ich glaube, ich kann jetzt stoppen, zu spielen. Wieso? Wir haben ein 10er-Auto, hallo? Ja, ich fahre gerade als 3er-Auto gegen ein 6er-Auto. Hallo. Hi. Ja. Ich hab mich übrigens angerucht dabei, mit meiner Hupe. Hier ist ein Wald zwischen uns, hä? Zwischen ihm und dem Ziel. Aber auch zwischen mir und dem Ziel. Okay. Ja, drückt mich. Okay. Das war's. Das war's mit dem Spiel, ne? Aber ich bin 5er geworden. Mit 5er-Auto. Wie ist eigentlich die alle hier? Was? Und das bringt so viele Level, ne? Was machen die alle hier in dieser Ecke? Ich möchte eigentlich nicht hinfahren, ne? Aber ich bin neugierig. Mach einen Sneaky. Willst du einen Sneaky anziehen? Hau wieder ab, ich hab Angst. Nee, 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 jetzt fahr hin. Wow. Nee, 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 ich hab nur die sieben gesehen. Hehehe. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich mag dich nicht. Sehr viel. Er hat Bock auf dich, hm? Die Sache ist, du überholst ihn gerade, ne? Ja, du entkommst von ihm, du hättest einfach gegen ihn gewandt. Und du hättest sein Auto haben können, ne? Und du hättest sein Auto haben können, ne? Oh, er ist hinter dir. Er hat Bock. Er hat Bock. Komm, hit the tree. Thanks. Warte, ist das außerhalb? Nee, glaube ich nicht. Er hat einen Tree gehittet. Du schaffst es mich easy. Der Tag, an dem er dich rausgechallengt hat, ist der Tag, an dem er das Spiel verloren hat. Nichts. Okay. Oh, head to head disabled, holy shit. Michael, gewinne. Gewinne. Du hast eine Aufgabe, Michael. Diese ist zu gewinnen. Ich bin viel zu weit hin, guck mal auf die Map. Wenn sich viele wachen, bedenke dann, das ist ein langer Weg, drei Meter, drei Kilometer. Mein Auto ist nicht wahnsinnig schnell, ne? Ja, und dennoch hast du schon einen Platz aufgeholt. Und du fährst auch nicht. Den ich sofort wieder verliere. Wett nicht. Du bist immer noch vierter bei mir. Ich weiß nicht, wo der Erd fritzt. Weil der ist die Frage. Oh, gut. Fällt mir. Baum. Ne. Sondern? Das ist eine Mauer, wo ich nicht durchfahren kann. Oh. Das ist doch ein Misch. Oh, ja. Ja, das kann ich vergessen. Vielleicht lieben. War ein guter Try, war ein guter Try. Ich weiß nicht, wo es die fucking Mauer da sei, ne? Ich hätte hier nicht gewonnen. Still sind da. Gut genug. Not even close. Get ready? Das hört schon. Hm? Das hört schon, ja. Ich search jetzt auch. Finding a session for the Illuminati. Ich hab's gefunden. Was? Found one. Oh. Nichts so. Autopick. Ne. Ist es acceptant. Bei mir sind noch acceptant. Ähm. Map pick. Ich geh unten in unsere City. Okay. Ja, aber wird nichts. Ich bin noch am, äh. Session found, aber ähm. Leute suchen. Waiting for players. Noch hast du ne schon. Ja, aber. Ich bezweifle es. Ich bin immer noch. Session. Searching. Ich, ich die Miniatur. Ja, ne. Nichts selbe Session. Okay. Jetzt hab ich jetzt ne Auto gekippt. Ich hab ein neues Auto bekommen. Und bünder direkt. Wow. Sick. Sick. Ja, der ist nicht so sick eigentlich. Also da hatte ich 3er Autos, die wesentlich besser waren. Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber ich meine, 5 ist halt, 5 ist nicht, also er ist nicht, er ist nicht schlechter als das Startauto. 4, 3, 2, 1, go! Es ist dunkel. Bei dir ist es auch dunkel. Wir sind in einer Lobby. Was? Hä? Hä? Aber ich bin jetzt erst drin. Oh, shit. Jemand hat einen Pro Gamer Move an mir gezogen und hat mich dann herausgefordert. Oh. Was hat er dir getan? Er ist mit seinem Jeep über mich drüber gesprungen. Und während er gesprungen ist, hat er mich herausgefordert. Oh. Ja, das ist ein Pro Gamer Move, ne? Aber ich bin mich bald verarscht, ne? Bin ich halt echt nicht so toll hier drin, ne? I will avenge you, Michael, keine Sorge. Gib mir literally irgendwas. Like, come on. You're winning so far. Glaub an dich. Ja. Er hat, er hat, er hat gedacht, er kann durch Wasser fahren. Lol. Ein Dude ist vor mir, die spawnt. Hat er sich gedacht, er fordert den heraus mit dem Boomer-Auto und dann verliert er, ne? Nehmen wir einen Subaru. Nehmen wir einen Subaru. Weil entweder gewinne ich und bekomme einen Auto-Aufbret oder ich verliere und bekomme mein altes Auto zurück, was sein definitives Upbret ist. Horizon, London Electricity here. Ich meine, es gibt ein gutes Buch und eine schöne Hote-Kuppe-Tee mit meinem Namen mit dem. Und ich meine, wenn wir es durchsetzen können, dann ist es auf, es ist passiert und du kommst zum Schluss. Ja, ich glaube, ich habe da jemanden herausgefordert, der nicht gerade auf dem Pinakel von dem Spiel ist. Er war auch Level 1 und wir haben ungefähr gleich gestartet und er ist so weit weg. Ich finde das ein bisschen kacke, dass die Head-to-Head rennen. Ja, danke. Dass die, dass die, dass du nicht sofort weißt, wo das Ding ist. Du weißt, du weißt die Richtung. Ne. Doch, es geht immer zur Mitte des Kreises. Zur Mitte des Kreises? Ja, so halt, nicht, nie, es ist nicht in der Mitte. Das hier sieht nicht aus wie die Mitte. Nein, nein, es geht nicht, es geht von dir aus Richtung Mitte. Es geht nicht in die Mitte, es geht Richtung Mitte. Es kann also auch hinter der Mitte sein. Aber es geht auf jeden Fall weg von der Zone. Von der Nähersten Zone, so gesagt. Das hat er mir zumindest beim allerersten Rennen, was ich gemacht habe, gesagt. Keine Ahnung, es ist irgendwie immer random und... Ne, es ist nicht, es ist nicht. Also ich, ich, ich... More times than not, gess ich richtig. Oh, es ist schon kacke, ne. Aber bitte fordert euch nicht raus. Ich will euch rausfordern. Please. Please be so kind. Oh, ihr seid so schnell, ne. Ach, die wurden rausfordert. Arena shrinking. Ach, du bist rausgeflogen. Wie bist du raus? Achso. Ja, weil die Dinger random sind. Okay. Kannst mir sagen, was du willst. Sie sind einfach irgendwo am Rand. Okay. Entweder auf der anderen Seite der Map oder... ...direkt hinter dir. Okay, okay. Ich sehe da keinen, der ist da... Du kannst mir ja zuschauen und für mich, für mich jubeln. Ach. 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 Jetzt richtig dringend, dass das automatisch startet. Ja, ist okay. Bei mir dauert es eventuell sowieso noch lange. Ich meine, dass mir jetzt startet, ist es okay. Du musst den Punkt auswählen. Du hast den Punkt ausgewählt. Ich will ja halt gar nicht mitmachen. Du kannst halt B drücken, zuquit. Bei A ist halt Play Again, B zuquit. Ja, aber das muss ich halt machen, während da irgendetwas steht und nicht während ich wieder in der Lobby bin. Ja. Das ist blöd. Lass mich doch sagen, dass wenn ich in der Lobby bin, dass ich aufhören will. Ja, aber es ist auch nicht so ein krasser Usability-Feder. Also, man muss ja auch ein Mid-Picky sein hier, ne? Hallo da, ich habe die High-Ground. Leute, ich bin Level 2. Wie kann es sein, dass mich niemand rausfordert oder ich niemanden zum Herausforderern finde? Oder ein Auto, was besser ist als meins? Like, come on. Das kann doch nicht allerernstens euer Ernst sein. Oh wow, der Baum geht nicht kaputt. Der einzige Baum auf dem Feld. Ja, ich dachte, der geht kaputt. Das ist, glaube ich, habe ich schon gesehen. Das ist, glaube ich, ein Zwei-Erfolgs-Fahrer. Ah, das sind zwei, vielleicht habe ich das auch nicht gesehen. Meh. Ja, der habe ich schon gesehen, der ist schneller als ich. Ja, aber wo war denn hier der andere? Nicht blind? Ich glaube, ich bin blind, ne? War hier nicht ein Zweiter irgendwo? Nee. Ich schwören kann ich hier, wenn es weiter geht. Come on, kann ich jemanden hier haben, bitte? Gib mir, gib mir. Hier ist nichts. Ein großes, dickes Feld von nichts. Die machen ein Rennen. Da ist einer alleine. Glaube ich, das ist gerade der Despawn. Okay. Nein, der ist noch da. Oh. Leiner. Nicht im Rennen. Hier. 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 Ergibt mir nicht mal ne Chance. Z-Life. Ich bin nicht sicher ob ich A oder B gedrückt habe, ich habe nämlich die Festlinge gemacht. Ich habe die Festlinge gemacht, du musst suchen. Suchst du? Ja. Ich habe was gefunden. Das Auto zieht. Ich habe die Festlinge gemacht. Ich habe die Festlinge gemacht. Du hast vor mir was gefunden. Ich habe vor dir ein Auto gepickt. Oh ich auch. Oh. Oh. Gehen wir jetzt zu unserer Position. Waiting for players. Ich glaube wir sind in der gleichen. Das kann sein. Eliminator. 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 Eliminate or be eliminated. Ready? Go! Go! Indeed. Hast du es gesehen? Hast du was im Chat geschrieben? Ja. Ne. Brrrr. Lol. Hast du irgendwas im Chat gesehen? Ne. Ah. Ich hatte auch ein Go geschickt. Ja. Ja. Ne. Arena shrinking. GG. Gleich wieder lieben. Hm? Gleich wieder lieben. Ah. Erst wenn ich gewinne, liebe ich. Hier schon wieder kein Auto mehr. Auto. Auto, 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 Auto. Ein Subaru. Gehen wir jetzt weg. Ne. Das ist aber ein Ding Hatch. Ja. Hot Hatch. Warum heißt es eigentlich Hot Hatch? Weiß. Na, Subaru for life. Doch, kein Wolf. Wolf. Ich suche Blut. Ich weitermache, werde ich von der Zone ablöscht. Bevor ich überhaupt reingekommen bin. Bevor ich überhaupt ein Auto gefunden habe. Ne, wir öffnen es mit dem Auto nicht. Ne, wir öffnen es mit dem Auto nicht. Niemand hat Bock auf meinen Rennen. Es kann auch nicht sein, dass ich wieder keinen finde und dann mit Level 4 gegen Level 7 noch fahren muss. F**k. Ich wurde disconnected. Easy. Ehrlich, Michael? Hm? Ich weiß nicht, wie sie das funktioniert. Wie viel Zeit habe ich außerhalb der Zone? Weiß ich nicht. Der Timer geht nicht so schnell runter. Ja, das passt. Das passt easy. Erst finde ich gar nichts. Jetzt finde ich zwei Autos untereinander, die ein Update sind, ne? Hm? Noch mal was? Erst finde ich die ganze Zeit gar nichts und jetzt finde ich zwei Autos, die ein Update sind. noch mal was. Du hast hier ein Doppel-Doppelwagen Auto. Warum? Wer dachte sich, die Mauer muss hier hin? Ja, aber ehrlich. Ich glaube ich habe mich für heute ausgefahren. Das Disconnecten geht dann doch ziemlich auf den Sack, ne? Ja, ich werde danach auch Schluss machen. Möchtest du zugucken, wie ich die umspiele? Du hast es eigentlich gefunden? Es ist eigentlich da. Wow, okay. Wir haben einen. Ja, kann ich mal. Oh, es ist ein Jag. Ich denke. Oh, was ist das Ding am Frontend? Einer hat dieser Mann einen Hähbale, oder er versucht, einen Hähnchen zu halten. Hilf mir, es rauszukommen. Ey, das kein Der Jenner war, weil er sonst noch nicht so viel ist. Ich kann ihn, formula, hier unten. Ich habe ihn zurück, bis ich das was. Ich habe ihn als Genie, aber das ist doch zu fancy. Ich komme zu dem Doppelwagen. Also, ich möchte mich treffen zu meinem Kollegen Billy. He runs Express Delivery, a high-speed courier service.